willkommen mein name ist an die europäer und ich benutze euch zurück zur let's play so was man ja mal reingehen aber glaube ich doch nicht abgeschlossene gute idee ja finde ich auch nicht nur aus dem mann hat zur truhe hinkommen oder krabbe spiel übrigens baton link weil er für so gut in den letzten part also warum nicht weitermachen auf diesen erfolg rede ich eigentlich da aber nicht so erfolgreich folgen wie 6.9 egal dürfte zu machen sein da unsere ultimate geht ein bisschen schneller wir haben einige veränderungen an unseren fähigkeiten gemacht und so hoffentlich alter noch jeder war nur da kommen wir nicht nur acht stück übrig von kubilien eigentlich naja doch mal hier dann wäre es auch wenn mich die krabbe jetzt hier auch und schon voll daraus war die musik ich weiß gar nicht was für eine fähigkeit ich hier hoch bauen will jeden spiel eine andere personen mit rund niki etwa trophäen ja ich habe schon leisten kämpfer für den kämpfer es war mal tun link dadurch bekommen wenn drei gegner bist du in sagt gut ziel ich habe alle ultimates diese einsetzen können meine lebt doppelt so schnell macht er jetzt da kann mich ich nehme an die zeichnen hier die ganzen sachen ist jetzt nicht so nervig wie ich mir vorgestellt habe also gerne ist weg du bist weg so sehr gut ich bin gut mit tun ich stärke schild haltbarkeit auch nicht schlecht jetzt kommen wir zu neuen kämpfern und zehn lernpunkte soll immer lebenswert ist das game and watch fast ich habe mir ja eher so peckmann vorgestellt aber was soll es durch die entscheidung in diese spielzeit frage stellen man macht ja schon wieder so schwierigkeiten wie das urteilen auf einmal da verdammt man erst 38 da mache ich ja eigentlich ich wollte ein pfeil auf den schießen ja jetzt nicht genau in dem moment ist mein der ultimate ready gewesen soll jetzt einfach nicht aber ich habe das zeug auf dich und für dich wenn so ein aggressiver tonfall die哈哈 bei denen kann man wissen es hört man nicht so agressione man hat man einfach nur die üben der irgendwie leiden hat link ist da irgendwie so ja boh isn't something like Okay du sagst mr gamer watch kämpft nur mit ich nicht wahrscheinlich nicht in diesem muss spielen werde weil er ist so leicht der fliegt locker aus viele punkte brauche ich noch mal 50 für irgendwas hier an der 40 starken angreife stellt eigenes angegriffen vergützt mensch auf das sind eigentlich auch sehr gute sachen warum habe ich die nicht am anfang angenommen von anfang an da bekomme ich jetzt an die schatz oder wenn ich will am anfang noch 13 donkey kong juni ob wir sehen auch genau zu gehen und seine tüten das war das nicht wenn da das neue sackgasse so wenn ich nicht irgendwie fragen kommen wir dann wird dann noch vertragt musik war ja ja No, I put it all that grip Was I got bubbles effing bubbles und schon immer mein lieblings kann auf der truhe wartet hier prince richard und verwundbar geil für gegner gegner dürfen manchmal super stark aus gucken wir mal das auto nicht merkt gerade weil nur ein gegner ist dann kommen nach der typ hat euch die bombe auf amerika da noch ein aggressives kind war dann bist du dich mag aber der ist weg kommt ja auch da kommt aber nicht wieder der ist junger link in dem ich kämpfe ja gott mina da habe ich den namen getroffen tschüss da habe ich doch nicht so schwer sehr gut läuft gerade wenn sie sogar an kannten ja weiß ich das ist ein richtig nerviger richtig nervige weise sich wieder ein stage zu holen haben wir da mal gewonnen street smash ja dabei irgendwie so hat da war nicht irgendwie so mini spieler so okay der spielbildschirm ist langsam kopf eins gegner schau ich locker dann rechts haben wir noch neues gebiet gott ich bin mittler durchgefallen hat hat gesehen ich gehe aber auch einmal haben lassen wir aber auch nicht locker schuss schuss aber ja und schuss wäre lustig gewesen wenn der als der bildschirm sich umgedreht hat wenn er wieder zurückgekommen wer hat sie haben die schwerkopf umgerät hätte und von zurück und man da haben wir ihn schon aufgedeckt von der karte lassen wir sehen was alles ne das gebiet wo wir schon mal waren was denn was hat denn hallo von der kommt diese flower blume mich stärker wir sehen ob wir uns ein leichter durch dauer schein für ich den schaden mit lipsticks or lips stick versuch aber ich krieg dauer schaden das schon mal sehr gut auch ein aggressives kind und sagen wir nicht du sprichst diesen eiland auf die ganze zeit wirst du denn man ist dann so witzig ich habe gesehen was du vor hattest du wolltest hier rest einsetzen lösen ist fähig damit haupt weil du mich damit einen schlag weg ich werde einen moment in unachtsamen dann passiert hat er tut natürlich perfekt ab werden wir machen die hat immer und auch normalen menschen gefahren da wird also schon wieder versucht da bist du meine ultimate gerade noch so gedacht wenn die ein bisschen näher am rand gewesen wäre dann wäre es gewesen wenn du willst du doch raus sehr gut ok das ist ein schalter alman celica aus feiern blam echos kampfthema der ledig der däpte robot nein hat wird sehr nervig eigentlich nicht relativ viel abziehen da wäre es irgendwie voller dick move von dem in die anfang den boomerang einstecken werden aber ja sehr gut die in die eier getreten auf level 99 evolution möglich ja dann werden wir wachsen so ein hauptcharakter an da haben wir einen schalter machen wir den erstmal da ist der brücke sehe ich gerade da gibt es irgendeinen grund näher erinnert das ding was hat denn hier wie passend ich bin tun link also ein tor haben wir letztens bekommen bei dem niere ja genau jetzt die ganze zeit der lang auf einen ok das ist nicht so stimmt ja das ist jetzt nicht so schlimm hier nur gegen das ding her zu kämpfen jetzt ehrlich bin ich habe ich getreten tschüss wir machen level 99 evolutionen verrückbar gut und ihr ganz schön fortschritt eigentlich nämlich so fragt so mein gott wir können wir fast alles hier schon erreichen eigentlich lassen da mauser glaube ich auch super mario bros 2 ja wenn man schon eine musik das bombe ich habe auch eine bombe hier ja gut wir haben wir machen echt fortschritt in diesem part und jetzt der ergiebigste part von allem ist er am teuer modus jedenfalls ja da kann man nicht hinfahren also hier ist game street fighter stärker beinahe für gegner diesen exakten kampf hatten wir doch mal bei den dinge ins ja mein gott geistertafel also kommen in der geistertafel eigentlich nur die kämpfe vor die dinge sauf vorkommen oder wie ich weiß das war richtig nervig ich werde richtig vorsichtig hier machen ich hatte so schnelle gegner die einfach nicht anhalten können die ganze zeit rumzappeln das schlimmste ist ein competitive sieht hat genauso aus wenn er gegen jemand online spielt deswegen weil sie nicht ob ich wirklich irgendwie bock habe online zu spielen wenn die chance hat gegen jemanden kämpfe der genauso spielt wie irgendwie so ein pro das war noch sehr gering aber trotzdem sind welche da draußen ja 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 das war gemacht es ist das ja ok ich mal so ok ich weiß genau irgendwie wollten sie ja bekommen aber ging nicht ich habe ich denke dieses mini spiel vermagelt habe da man stein überall steine musst du warte wie die heißen ich glaube nicht felix ist nicht aus feiern ich glaube dass uns handel ich habe irgendwie so anti erdbeben ausrüstung zu schaffen seien er ist jetzt nicht so wieder falsche dinge ausgerüstet da wurde ich ihnen gefallen bin der sonst noch mehr abgeben ist mir auf nahe jetzt habe ich jede sekunde in erdbeben das landete der gerade da irgendwie passende für irgendwie hier so tun selda als geist gerade ausgerüstet haben neue ist wieder so ein dinge hat er schick so wenn wir ein schönes ding in der freischalten soll man den jobs ja nachschauen hat sie die ganze geschützte warum auf mich habe ich dann getan ich bin auch feind von hühnchen aufzuschränken oh gott nicht so einen schritt nach auf der seite gehen musste ja das ja auch wenn die ganze er wie eine irre um springt springt sei denn ganz viel missreihen na du ich lebe noch kurz da kannst du mal eine sekunde stehen bleiben soll hier das start er aus blöde ich bin schick springen wir in der irdischen bildschirm wir gehen von kettler besuchen kennt er ja von mario er war ja auf diesem kanal angriff greift graf angriff tempo angriff standard ja ich will irgendwie gerne mehr diese dojos benutzen ich finde ich bringt es nicht so baunde brücke gibt mir das geil das mal ausgeben ich habe hier jetzt nicht immer mächtiger mächtiger da kann man schon als hier kaufen der angebete da wäre toll oder jetzt mal hier wie so ein level 4 geist wenn ich sehen was die machte turbo start wenn man jemand sagen was da macht eigentlich sehen da haben wir noch hier zur auswahl tschau tschau das wären dann auch platz für zwei läden nix mit schon fast gewalt diesen 1 4 geist zu kaufen da war der schon wieder rote war wieder so angriff oder hast du in der spezialtechniken hoch da klingt doch gut gleich spezialtechniken ja der rüste war mal aus weil ich mag ja meine spezialtechniken der ist mein bisschen sap geister so hier zum beispiel neuester messer rang nahe kommt waffen nach der papport schon wieder zwei angst auf gegen helfer zu wählen macht ihm umgegen einschlafen spezialstandard gut kirk kopf über paul sind ja gut da war doch mal ja war hart der so ist bei einem awakening klingt sehr nervt und wir haben noch ein paar andere sachen ja die gala noch mal denfalls kaputt als ein kämpfer er ist er ja mit der aus der auswahl im feier im gebiet oder was nach wegen dem feuer ich verstehe und so ein paar gegner wenn wir ja noch hier den typen den haben wir noch ganz am anfang bekommen so ganz ganz am anfang hat war erste geist immer bekommen haben aber ich glaube irgendwie das spiel zum ersten mal gestartet und wir sind schon direkt bekommen aber besser ich mal ein bisschen frei brauchen ihr seid mir alle zu nah stehe ich so auf den haaren ich weiß gar nicht ob dunkel sagen muss auch weibliches wird dunkle sagen muss genannt also nicht dunkler sagen muss also ich meine die sauber verknappen ich meine ist auch weiblich und servisianer einen haupten anschlagen 20 sehr gut und einfach ihren platzieren ja ganz bei den kriegen auch noch ok ich habe viele sachen nicht auf den werfen kann also wir hatten das riesig ja wo ich das gewusst ja so war ich wollte naja ich dachte setzt die ganze bühne vereinigen bis zum katz man ja das war move von ganz man das war auch wenn so blocken aber immer der kampf habe ich mal so stark so schwer er hat super rüstung ist stimmt manchmal über den ja fox wäre irgendwie ja besser gewesen der piste erschießt die dinge aber auch durch mich auch ja 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 megaman ist auch so kranker mit dem war meine ultimate war gerade ready willst mich auf den arm nehmen und megaman ist auch echt so ein charakter mit dem komme ich nicht klar so als gegner so merkwürdige angriffe bei der linke ich auch noch was auch langsam der sich auf den zugewegt soll ich gern war weg mein gott ich wollte da nur auf den ich brauche super rüstung das wäre irgendwie 1 a mich los auf zitronen auf mich zu schießen mal du sollst ich will da nur auf den draufkippen paula klappt bei mir nicht da kommen ja okay der link über sie nicht voll bescheuert gespielt jetzt momenten das hat es ein bisschen einfacher gemacht ja du warst okay warum was das für diesen part 1 ok ich sehe gerade ich kann irgendwie macht ja machen ist das warum das mal gucken wenn ich schlecht das andere wäre es mal nicht so wichtig wer ist mir wieder kommen du wer zwei stunden um 570 ich bin aber wieder ein paar werden dem hat wird natürlich wieder sagen dankeschön fürs zuschauen und und ich hatte euch dabei wenn ja hinter das mal einleit ein aber kommentar das wäre super lieb von euch und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ok im nächsten mal also war nichts hat dankeschön und tschüss ein